Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play World of Warships. Heute mal mit einem ganz neuen Schiffchen, der Tatsuta und wieder dem Andi, der noch am Stream ist. Hallo! Hallo zusammen! Hi Rio! Ja, ein T3-Schiff der Japaner, ein T3-Kreuzer der Japaner, der bereits Torpedos hat. Und übrigens Torpedos, die 7,5 Kilometer weit schwimmen können. Also da fängt das schon mit den ziemlich hohen Reichweiten bei den japanischen Torpedos an. Dementsprechend ganz nett. Die Japaner haben übrigens auch in höheren Tierstufen, anders als die Amerikaner immer noch Torpedos auf ihren Kreuzern. Die verlieren sie nicht. Die Japaner haben die früher dann abgerüstet und eher auf die Kanonen gesetzt. Um das mal kurz als kleinen Exkurs auf euch wirken zu lassen. Oh, jetzt. Wahnsinn. Jetzt lernen wir auch noch was. Man ist, also, ich muss schon sagen, du verblüffst mich immer wieder aufs Neue. Ach, du schmeichelst mir. Gibt's was, was du nicht kannst? Auch ein Kanar. Gut ausschauen tut er. Fotografieren kann ich. Fotografieren, das sind wir natürlich auch noch. Das muss man auch wirklich sagen. Also, ich weiß nicht, kennt deine Zuschauer deine Sachen? Ich glaube nicht. Ich hab das noch nicht so publik gemacht. Ich werde wahrscheinlich in Zukunft da ein bisschen mehr drüber, das muss man so an meine Facebook-Page verlinken. Ich hab jetzt eine Fanpage oder so eine Page für meine Fotografie. Weil die sind echt gut. Ich war wirklich überrascht. Also, ich hab jetzt natürlich nicht gedacht, dass du richtig scheiße bist. Aber ich war jetzt auch nicht überrascht, dass es gut ist. Also, so gut. Das war echt schöne Aufnahmen dabei. Dankeschön. Das schmeichelt mir. Ja, den Profi gibst du mir später, gell? Nein! Nein! Don't do this! Oh, warum guckt der nicht hin? Nein! Ja. Geht's jetzt? Geht's jetzt, Rio? Ne, ich leb ja noch. Aber ich hab halt einen Verbindeten gerade umgeniedelt, ne? Ach so. Ja, dann, äh, das kann man in dem Spiel auch. Also, die Frage Friendly Fire ist definitiv möglich. Ja, es ist möglich. Und das passiert. Gerne mal. Ich hab ihn getroffen. Nein, ich hab ihn mit einem Torpedo getroffen. Also, siebeneinhalb Kilometer wandernende Torpedos sind ja mal mega heftig. Das ist schon krass, ja. Oh, ich hab ihn sogar zerstört damit. Ha! Wie nice! Wie gesagt, das ist doch kein Schleimeln. Das ist nett, dass ich... Okay? Ich hab ihn. Meine Torpedos sind wieder ready. Ich glaube, dann gehe ich mal auf die Chester. Ich habe so Angst, die düsen alle da so lang. Ich habe hier nur Friendly Fire am Ende, wenn es so weitergeht. Die gucken halt alle irgendwie nicht so richtig. Die denken sich einfach YOLO. Ich hoffe, der fährt jetzt zumindest weiter. Und bleibt nicht stehen, dann treffen ich meine Torpedos. Aber der ist eh hin, also kann ich weitermachen. Ich denke zumindest, als die Chester da hin ist. Der stört. Dann ist noch eine Chester. Ja, läuft ganz gut eigentlich bei mir gerade. Läuft bei dir. Schon einen Verbündeten gekillt, also effektiv habe ich jetzt drei Abschüsse. Ist der dagegen gefahren, ja, wahr? Boah, ich bekomme den Back. Komm mal. Abhauen. Abhauen. Ich und zerstöre. Wir werden einfach keine Wande. So. Boah. Okay. Ich habe einmal mit Torpedos getroffen. Ja. Oh, noch einen zerstört. Läuft der gerade bei mir, ey. Alter. Weil ich habe mit Zerstörer einmal Torpedos getroffen. Superklasse. Läuft bei dir. Das war cool, ey. Ein Torpedotreffer und ein Leck geschlagen und daran ist er zugrunde gegangen. Der Feinde. Der Feind. Ich muss sagen, siebenhalb Kilometer weit fliegende, weit schwimmende Torpedos sind schon geil. Ich glaube, die Japaner können mir gefallen. Zum ersten Mal, dass ich so einen Japaner habe, der eben diese Stärke hat. Also die Japaner, die Stärke von den Japanern sind ja eben diese Torpedos auch auf den Kreuzern, die so unfassbar weit schwimmen können. Geht später bis zu elf Kilometer weit. Und die sind auch gar nicht so langsam, sondern die sind eigentlich relativ fix unterwegs. Und dafür glaube ich aber einen etwas geringeren Chance Output. Aber es sind halt trotzdem Torpedos. Also wenn die treffen, hauen die halt trotzdem unfassbar rein. Und das ist wirklich ganz nett, muss ich sagen. Da kommt die Chikuma direkt auf mich zu. Das bedeutet, ich drücke ihr da einfach mal ein paar Torpedos lang. Ja, du musst es wuppen. Mach sie weg. Hallo Dingle, wuppen sie dich. Da kommt mein Torpedos. Trifft da irgendeiner? Ne. Ah, doch einer. Wieder zerstört. Jetzt ist da hinten noch ein Schlachtschiff. Wenn ich das Schlachtschiff noch treffe, wäre natürlich dann der Hammer. Ja, du hast nicht mehr so viel. Wer kriegt, der wird langsam schwierig. Siebenhalb. Achso, du meinst von der Zeit her oder du meinst von der AP? Von den Gegnern überhaupt. Ja, ist aber noch ein. Guck mal, das ist noch der Schlachtschiff. Das hat noch halbes Leben. Das ist schön langsam, die Kawachi. Ich hau dir jetzt einfach sechs Torpedos in den. Ich hätte jetzt fast gesagt, das schlimme Wort für. Nee, das medizinische Wort für Popo. Aber, ja. Und dann geht's ab. Oder auf österreichisch sagt man den Uäsch. Den Uäsch. Den Bobbys. Den Uäsch. Poppes. In der Biologie heißt es After. Auch ganz interessant. Das klingt schon so eklig, gell? Ja, wenn man in der nautischen Sprache bleibt, dann klingt das Bug. Und die Kawachi hat einen breiten Bug. Kann man denn das schon auch schon mal sagen? Oh. Also ich sehe schon, er hat es einfach drauf. Ich sehe die Kawachi. Ich sehe die Kawachi. Hau ich ein Fächer rein oder hau ich ein konzentriertes Torpedo? Konzentriertes Torpedofeuer rein. Soll ich es mit konzentriertem mal versuchen? Ich probiere es mal mit konzentriertem. Also er achtet auf jeden Fall nicht auf dich. Das ist schon mal dein Vorteil. Ich versuche es mal mit konzentriertem. Ich schieße mir jetzt auch extra nicht. Also Torpedoes, dann geht man nicht auf, oder? Doch, ich glaube schon. Nur wenn man schießt? Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall offen. Also der wird mich schon gesehen haben. Aber er hat steuert direkt auf meinen Torpedoes zu. Also es sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh, oh, oh. Ah. Nein. Oh. Du blöde Sau, ey. Brenne. Was bist du für einer? Oh. 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 Er fährt, glaube ich, gleich gegen den Berg. Auch was hast du für mich am nächsten. Weil ich den mal aus. Und weil ich den mal aus jetzt. Du blöde. Oh. Ja. Ist egal. YOLO. Das gibt es doch nicht, Alter. Also der geht mir jetzt echt auf den Keks, der Typ. Sag ich ganz offen und ehrlich. Aber jetzt hat er wieder ein anderes Problem. Du bist jetzt wieder mal aus dem Fokus raus. Oh, schade. Vorbei. Schade. Ach, ich hätte ihm so gerne. Ey, der ist immer so reingedreht. Der wusste, wie man spielt. Deswegen macht er, deswegen finde ich ihn jetzt unsympathisch. Arschgesicht. Ja, absolut. Was im After. So ein After, ey. Wie viel Schaden habe ich ihn gemacht? Äh, mit Torpedos 15.000. Zwei haben getroffen, also 7.500 ungefähr pro Torpedo. Nicht schlecht, 7.000 pro Torpedo. Dafür schwimmen sie halt echt extrem weit. Ja. Das ist das Schöne an den Dingern. So. Module. Ich erforsche noch das Ding hier. Forschen. Jawohl. Und einbauen tue ich das auch. Die Kuma kostet 4.150. Äh, noch ein Sieg des Tages. Dann bin ich ja schon mal der Kuma. 57 Knoten. Und die Tatsuta hat Torpedos. Die sind auch 57 Knoten schnell. Mal zum Vergleich mit der... Ja, die Niklas hat schon schnelle Torpedos. Die hat die Mark 15. Mit 65 Knoten. Okay, das ist schon nochmal da was anderes. Hm, die Mark 11 haben 56 Knoten. Aber, ja. Die früheren Torpedos, die Samson hat, glaube ich, keine Mark 11. Die hat White Lens. 49 Knoten. Und später 54 Knoten. Ja, na gut. Das war es aber auf jeden Fall von dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst mir noch einen Daumen nach ansatz nehmen. Dann machen wir es das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.